So, die Vertretung für Lisa mit Rocco. Inge. Okay, dann startet jetzt Inge mit Rocco. Mal gucken, ob der das genauso gut macht wie die Lisa. Ich würde dir das nachher erst mal erzählen, was der mit deinem Hund hier macht. Also das war jetzt ein Biss, weil der Slalom nicht zu Ende gearbeitet wurde. Ich glaube, der Inge kriegt gleich ein bisschen Ärger von der Lisa. Aber ansonsten darf ich weiß nicht, dass ich das nicht mache. Ich krieg das aus. Ich habe euch ja schon gesagt, ihr gewinnt jetzt bestimmt. Das wird jetzt super. Vorhin im A-Lauf war es Ubi ein bisschen abgelenkt, auch von den ganzen Hunden, die hier sind.